Hey Leute, schon Ende letzten Jahres hat Apple mit dem M1-Chip für sehr viel Aufsehen gesorgt. Und das nicht nur, weil es Apples erster eigener Prozessor ist, der ermöglicht auf Intel-Prozessoren zu verzichten, sondern auch weil es erscheint, als wäre der M1 ein ziemlich, nein wohl eher ein übermäßig starker Chip, der es schafft, ein MacBook Air, wie ich es hier habe, stärker als je zuvor zu machen. Weshalb ich mich, bevor ich mir den neu vorgestellten iMac und das iPad Pro mit M1-Chip genauer anziehe, dem MacBook Air mit Apples eigenem Prozessor widme und mich mit den Fragen auseinandersetze, wie gut der M1 wirklich ist, wie das MacBook Air mit diesem performt und was für Aussichten wir dadurch auf weitere Modelle, insbesondere eben dem iPad Pro und iMac haben. Zuallererst möchte ich mich aber erstmal bei notebooksbilliger.de bedanken, die mich mit dem MacBook Air mit M1-Chip ausgestattet haben und ohne die dieses Review, welches übrigens komplett auf dem MacBook Air geschnitten wurde, nicht möglich gewesen wäre. Also ein riesengroßes Dankeschön. Bevor wir jetzt aber zu dem Prozessor kommen, sprechen wir erstmal kurz über das MacBook Air im Allgemeinen. Prinzipiell unterscheidet es sich optisch überhaupt nicht von seinem Vorgänger. Es besitzt immer noch dasselbe dünne und super leichte Aluminiumgehäuse mit seiner perfekten Formsprache, Verarbeitung und kommt in den drei bekannten Farben Silber, Space Grey und Roségold. Überarbeitet wurde allerdings endlich die Tastatur. Sie ist jetzt keine laute und mit Fehleingaben geprägte Butterfly-Tastatur mehr, sondern wie auch zum Beispiel bei dem MacBook Pro eine normale, die das wohl beste Schreibgefühl bietet, welches ich je bei einer Tastatur erlebt habe. Stundenlanges Schreiben hat mir auf einmal nichts mehr ausgemacht und ich wollte teilweise sogar gar nicht mehr aufhören. Ebenfalls ist das Entsperren durch TouchID möglich, was den Vorteil mit sich bringt, seine Kennwörter nicht mehr lästig eingeben zu müssen, da ein einfaches Legen des Fingers auf den Sensor genügt, um sein MacBook zu entsperren oder sich auf Webseiten anzumelden. Das absolute Highlight ist aber immer wieder das Trackpad. Es ist riesig, reagiert perfekt und direkt auf so viele verschiedene und nützliche Wischgesten, macht Scrollen durch Webseiten einfacher als jedes andere Trackpad und das haptische Feedback könnte besser nicht sein. Genauso wie die verbauten Stereo-Lautsprecher, welche für die Größe und Dicke dieses MacBooks so gut klingen, als wären sie nicht von dieser Welt. Allerdings gab es aber eine wirklich kleine Umstellung, mit der ich komischerweise erstmal klarkommen musste. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einen großen Unterschied macht, aber nur zwei, anstatt vier USB-C Anschlüsse wie bei dem MacBook Pro 16 Zoll zu haben, hat manche Arbeitsprozesse komplizierter gemacht, als sie hätten sein müssen. Gerade weil beide Anschlüsse nur auf einer Seite platziert sind. Das Display mit einer angenehmen Größe von 13,3 Zoll basiert wieder auf der allseits bekannten Retina-Technologie mit einer hohen Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln für gestochen scharfen Text und unheimlich knalligen sowie realistischen Farben. Leider nicht mit an Bord ist OLED und die etwas zu geringe Displayhelligkeit hätte um ein paar Nits höher sein können. Da es bei direkter Sonneneinstrahlung hin und wieder gar nicht so einfach war, auf dem Display alles zu erkennen. Was die Displayränder angeht, hätten sie meiner Meinung nach ein kleines Upgrade beziehungsweise wohl eher Downgrade vertragen können. Eine kleine aber sehr coole Sache möchte ich noch unbedingt ansprechen. Schaut mal wie schnell das Display des MacBooks beim Aufklappen angeht, wohingegen alle anderen MacBooks mit Intel Prozessor ihre ein, zwei Momente brauchen, bis sich dann das Display mal aktiviert. Kommen wir jetzt aber mal zu dem wohl wichtigsten Punkt des MacBook Airs, welcher wirklich alle anderen Modelle in den Schatten stellt. Ich spreche hier natürlich über den M1-Chip. Er besteht aus vier High-Efficiency und vier High-Performance-Kernen, der Grafikkarte und einer 16-Korn Neural Engine. Jeder dieser Kerne wird je nach Gebrauch genutzt oder eben nicht. Unterm Strich wurde also die CPU-Leistung 3,5 mal, die GPU-Leistung 5 mal und das maschinelle Lernen neunmal schneller. Von heute auf morgen schneidet also somit ein MacBook Air mit M1-Chip und 8 GB RAM in Benchmarks quasi genauso gut wie mein MacBook Pro 16 Zoll mit Intel i9, 32 GB RAM und einer AMD Radeon 5500M Grafikkarte mit 8 GB ab. Was ziemlich verrückt ist, wenn man bedenkt, dass das MacBook Pro 16 Zoll eigentlich das stärkste MacBook ist, was Apple aktuell verkauft. Die einzigen Unterschiede, die man etwas spürt und das 16 Zoll MacBook somit besser dastehen lassen, sind der größere Arbeitsspeicher und die bessere Grafikkarte. Im Großen und Ganzen macht das aber keinen drastischen Unterschied, weshalb ich mich mal selbst überzeugen wollte, wie stark der M1 wirklich ist und habe angefangen auf dem MacBook Air 6K ProRes Videodateien in Final Cut zu schneiden. Holla die Waldfee, das ging erstaunlich gut. Sogar teilweise besser als auf meinem MacBook Pro 16 Zoll und noch dazu war das eher mucksmäuschenstill, weil es durch den M1-Chip keinen Lüfter mehr braucht, was mich anfangs wirklich irritiert hat, da ich normalerweise das Hochdrehen der Lüfter meines MacBooks gewohnt bin. Sollte euch das aber, warum auch immer, noch nicht ausschlaggebend genug sein, naja dann schaut euch mal die Renderzeiten einer 80 GB großen 6K ProRes Videodatei an. Mein MacBook Pro 16 Zoll, mit welchem ich locker die letzten 60 bis 70 Videos geschnitten habe, hat 15 Minuten und 6 Sekunden gebraucht, wohingegen das Baseline MacBook Air mit M1-Chip gerade einmal und jetzt haltet euch fest 12 Minuten und 15 Sekunden für den gesamten Renderprozess benötigte. Das ist nicht nur 3 Minuten schneller, sondern auch einfach absolut krass. So wirklich abgeliefert hat das MacBook Air mit M1-Chip, aber im alltäglichen Gebrauch. Alles spricht unheimlich schnell an und gerade Apples eigene Programme öffnen sich im direkten Vergleich zu einem Intel MacBook schneller denn je, so dass praktisch keine Wartezeiten mehr entstehen. Hier merkt man einfach, dass Apple aufgrund ihres eigenen Prozessors Hard und Software jetzt noch besser aufeinander abstimmen konnten. Noch wichtig zu erwähnen ist, dass Anwendungen, die nicht direkt für den M1 programmiert wurden, beim ersten Mal Starten etwas länger brauchen, weil der M1 das komplette Programm umschreibt, um es dann perfekt starten bzw. emulieren zu können. Ist das aber mal geschafft, läuft die Anwendung erstaunlich gut und ich hatte bis jetzt nur bei Photoshop das ein oder andere Mal das Problem, dass sich das Programm komplett aufgehängt hat. Was aber nicht mal direkt nur an dem M1 liegen muss, da es ja hin und wieder bekannt ist, dass Adobe Programme gerne mal abstürzen. Auch sehr beeindruckend fand ich, dass es tatsächlich immer weniger Anwendungen für die breite Masse gibt, die gar nicht auf dem M1 laufen. Lasst mich jetzt aber kurz ein paar Worte über die Software verlieren. Ich war anfangs eher zwiegespalten was die Optik von Big Sur angeht, habe aber mittlerweile echt Gefallen daran gefunden, auch wenn ich ein paar Kleinigkeiten noch immer nicht super toll finde. Vor allem aber das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Apple Geräten ist immer wieder eines der besten Features. Airdrop oder aber auch die Möglichkeit einen Text auf dem iPhone zu kopieren und am Mac einfügen zu können, sind Dinge, die man ungern wieder missen möchte. Kostenlose Apps wie zum Beispiel Pages, Keynote, iMovie, Garageband und 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 sind ebenfalls Punkte, die für macOS sprechen und tatsächlich ohne Probleme das ein oder andere kostenpflichtige Programm ersetzen können. Und das vollkommen gratis. Der M1-Chip hat aber nicht nur die Performance bereichert, sondern auch die Akkulaufzeit, die ich bei dem MacBook Air mit M1-Chip gerne als komplette Sorglosigkeit bezeichne. Das MacBook Air mit M1-Chip besitzt eine dreimal höhere Leistung pro Watt als alle anderen Prozessoren und eine sage und schreibe 50 Prozent bessere Akkulaufzeit im Vergleich zu seinem eigenen Vorgänger. Einfach mal so und glaubt mir, wenn ich sage, dass man das sowas von gemerkt hat. Ich habe es wirklich mit stundenlangem Videoschnitt und 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 ausreizen wollen, aber es war mir auf Teufel komm raus nicht möglich, den Akku an einem Tag leer zu bekommen. Denn bevor das MacBook mit der Akkulaufzeit zu kämpfen hatte, habe ich gegen meine irgendwann auftretende Müdigkeit schon längst verloren. Im Durchschnitt hatte ich abends immer zwischen 30 bis 40 Prozent Akku übrig, wohingegen mein MacBook Pro 16 Zoll schon mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal an die Steckdose musste. Was mir nur noch mehr zeigt, wie schlecht eigentlich die Intel Prozessoren sind, wenn es ums Energiemanagement geht. Sollte der Akku des MacBook Airs dann aber doch mal so langsam zunichte gehen, muss man sich nicht beeilen, an eine Steckdose zu kommen, weil 5 Prozent noch eine ganze Weile halten. Viele von euch werden das wahrscheinlich schon längst bemerkt haben, aber es gibt aktuell einfach keinen besseren Zeitpunkt, als jetzt auf ein MacBook mit M1-Chip zu setzen. Schon alleine, dass ich in diesem Video ausschließlich über den schwächsten Mac, den Apple aktuell verkauft, gesprochen habe, zeigt, wie viel Potenzial dieser kleine Chip hat und gibt nur einen kleinen Teil von dem Preis, was uns dadurch in Zukunft noch erwarten wird. Ich kann ohne Probleme dieses MacBook quasi jedem, auch denen, die hin und wieder aufwändigere Aufgaben machen möchten, empfehlen. Nur bei richtigen Pro-Usern würde ich sagen, sie sollten noch ein wenig warten, da es bald neue 14 und 16 Zoll MacBook Pro Modelle geben wird, die dann auch Apples M1-Chip oder vielleicht schon den nochmal stärkeren Nachfolger besitzen. Es scheint also, als wäre ein neues Prozessor-Zeitalter für die MacBooks angebrochen und glaubt mir, wenn ich sage, dass ich mich wie verrückt auf das, was noch alles kommt freue. See you!